Wir sind Superhelden! Warte mal, du glaubst mir nicht? Naja, dann werde ich mich mal schrubfen. Wow! Okay, warte mal, ich bin Kleines Baby. Hallo, was ist mit deiner Stimme passiert? Wir können uns super, super groß machen. Wir können einen Röntgenblick benutzen. Wir können sogar die Zeit stoppen. Oder wir machen einen Super Punch gegen die Wand. Also ihr merkt es, Freunde, wir haben auf jeden Fall Superfähigkeiten. Und diese werden wir natürlich ausnutzen mit dem Supersprung. Ihr seht es. Okay, Freunde, wir versuchen heute mal als Superheld dieses Obje zu schaffen. Eigentlich sollte es hoffentlich mit Superfähigkeiten kein großes Problem werden. Und ihr seht es, wir können jetzt hier durch das Krokodil und... Okay, warte mal, eigentlich sollen wir uns klein machen. Jo, guckt mal, wie winzig ich bin. Ich bin einfach in den Mund gefangen. Jo! Okay, Freunde, was brauchen wir hier? Okay, warte mal, wir können anscheinend die Zeit anhalten und... Ja, was? Okay, die Zeit ist angehalten. Das heißt, wir können jetzt einfach hier rumspringen. Wie cool ist das denn bitte? Ohne irgendwas zu machen. Bam, bam, bam. Und okay, was machen wir nun? Ah, wir brauchen den Röntgenblick. Jetzt können wir sehen, wo wir langlaufen müssen. Oh. Okay, wir müssen ihn natürlich anlassen. Und mit dem Röntgenblick können wir gemeinsam hier über die Ecken und Kanten springen. Und so schaffen wir es. Und ja, Freunde, ihr seht es, was wir brauchen. Wir brauchen den Super Punch, um die dicken Wände zu zerstören. Warte mal. Die andere Frage ist, können wir auch... Oh ja, warte mal. Wir könnten auch rüberspringen. Jo, okay, okay. Leute, ihr merkt, wir können natürlich alle Superfähigkeiten immer benutzen. Und wir müssen nicht die, ja, die passende benutzen, sage ich mal. Also, wir können jede Superfähigkeit benutzen, die wir wollen. Und ich, ja, ich werde erst mal das Haus erklimmen. Ha, wie cool ist das denn? Okay, hier brauchen wir sogar gar keine Fähigkeit. Denn, naja, hier kann ich halt hochlaufen, Freunde. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Superfähigkeit wäre deine Lieblingsfähigkeit? Okay, aber es geht weiter, Leute. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich meine, wir sind ja natürlich Superhelden. Es gibt sogar noch die Flugfähigkeit, aber... So viel Bobux habe ich nicht, Freunde. Och, Manu, kann jemand mir Bobux schenken? Bitte! Falls ihr auch mal gerne Bobux haben wollt, dann schreibt jetzt den Roblox-Amm in die Kommentare. Und vielleicht kann ich dir was überweisen. Okay, es geht weiter, Freunde, mit dem Supersprung. Jo, Leute, ich mag das, ich mag das. Übrigens sind wir auch schon Welt 1. Äh, nee, Quatsch, Welt 2, Leute. Das habt ihr auf jeden Fall schon erkannt. Und ich glaube, die Welt 2 ist natürlich ein bisschen schwieriger als die Welt 1. Und, boah, die ist echt lang, ne? Okay, wir sollten uns mal ein bisschen beeilen. In der Hoffnung, dass wir natürlich bis zum Ende kommen, Freunde. Und was? Okay, Zeit stoppen. Aber was ist, wenn wir nicht stoppen? Warte mal, wir probieren ohne zu stoppen. Alter, mit Röntgenlaser. Jo, es geht auch ohne zu stoppen. Wie cool! Okay, raten Sie. Ich gehe mal ins Grüne. Ich gehe mal ins Grüne. Ich gehe mal ins Grüne. Und ich gehe mal ins Grüne. Okay, Freunde, keine Ahnung, ob ich jetzt richtig erraten habe. Und guck mal, hier, hier brauche ich gar keinen, hier brauche ich keinen Superjump. Ich schaffe das auch ohne. Leute, ihr habt es hier mit dem Profi-Armberg zu tun. Deshalb brauche ich nicht immer alle Fähigkeiten, ne? Aber natürlich helfen die uns weiter, um auch, ja, die Mauer zu zerstören. Und ordentlich weiterzukommen. Okay, Freunde. Hier brauchen wir tatsächlich wieder unseren Supersprung. Ey, das macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und ihr seht, wir haben jetzt gerade Stage 16 von 70 einfach. Okay, 70 ist echt weit, Leute. Kann mich jemand abholen und tragen? Bitte? So, weiter, weiter, weiter. Oh, schrumpfen. Ein bisschen... Ah, nee, hier passen wir durch. So, wieder normal. Und wieder schrumpfen. Jo, Alter, das muss man die ganze Zeit abwechseln oder was? Und oh, nee, ne? Freunde, warte mal. Können wir Röntgenlaser benutzen? Geht das? Okay, Freunde, ich habe das verstanden. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier so komisch rumhüpfen, ne? Warte mal, so, das geht weg. Ah, eins bleibt und die anderen gehen halt nur kurz weg. Und warte mal, es war dreimal gelb? Ja, what's up? Was? Wir werden hier übelst getrollt. Als ob. Okay, okay, okay. Aber, Freunde, wir machen den Superjob. Oh, okay. Der Superjob hätte fast nicht funktioniert. Das war echt knapp, Leute. Au, au, aua. Oben rechts haben wir jetzt einfach 20 von 20. Und wir können jetzt so drehen, um ein Cape freizuschalten. Mal gucken, was wir bekommen. Und... Okay, warte mal. Wir können das umhängen. Und... Oh, was bringt das? Ich glaube, das sind wir... Sehen wir einfach nur cooler aus. Und ey, warte mal. Was? Ey, nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Wir gehen mal weiter. Hallo, hat der Tunnel auch mal ein Ende? Ich sehe überhaupt kein Ende. Und hier gibt es sogar Auren und so. Umhänge, Auren. Warte mal. Oh, warte mal. Alter, wie cool. Oh, Leute, Alter. Okay, okay, warte mal. Wir machen das mal aus. Aber was haben wir noch für Umhänge? Wir haben, glaube ich, noch eine, oder? Ah, die bringen uns ein bisschen was. So, warte mal. Hier. Oh mein Gott. Ja, Alter. Der macht uns schneller, ne? Ja. Oh. Warte mal. Wo rutschen wir jetzt hin? Au, 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 au. Ah, Freunde, okay. Die Umhänge bringen uns natürlich was. Aber, Freunde, es geht erst mal weiter. So, ich werde... Nee, okay. Ich dachte hier, ich kann easy rüberspringen. Aber es funktioniert nicht. Was mache ich jetzt, Freunde? Jetzt mal im Ernst. Naja, egal. Da muss wohl doch der Super Punch her. Oh mein Gott. Ich wäre fast immer in diese roten Linien hier rein. Ey, nee, Mann. Das machen wir nicht so, ja? Rückgeleser. Ich muss sagen, die coolste sind die... Oh, meine Augen. Ero, Freunde. Schaut euch mal meine Augen an. Alter. Ich finde das coolste sind einfach hier diese Röntgenlaser. Und das kann nicht sein, ne? Das geht gar nicht. Trotzdem gefallen mir die mit am besten. Das sind einfach meine Lieblingslaser und Superjumpy. Yo. Eigentlich kann ich mir selber entscheiden, was ich für eine coole Fähigkeit nehme. Hier brauche ich wieder keine. Denn ich bin ja eh ein Hobbyprofi. Und irgendwie nervt mich der Pfeil hier die ganze Zeit. Kann ich die nicht ausstellen, Mann? Hallo, will die den Pfeil ausstellen? Okay, geht leider nicht. Yo, hier können wir Zeit stoppen. Und dann können wir das Hobby absolvieren. Ich muss sagen, es wäre überhaupt nicht schwer, auch mit der Zeit zu spielen. Hier haben wir eine Treppe, wie wir es kennen. Die wird hinter uns verschwinden, ne? Warte mal, Freunde. Da hinten ist das Ende. Eine Kühltruhe? Äh. Okay, da will ich hin, Leute. Ich habe da unbedingt Bock, da hinzugehen. Let's go. Superjob. Und warte mal. Superklein. Und superjob. Und superklein. Wie cool. Man muss sich einfach abwechseln. Ey, yo. Ich muss sagen, sowas macht mir mit am meisten Spaß. Wo wir die ganze Zeit so Abwechslung haben in den Obbys her. Zum Beispiel, es gab auch mal so ein Spiel. Sei ein Vogel. Oder sei eine Schildkröte. Äh. Weiß nicht mehr ganz genau, ne? Okay, das will ich jetzt versuchen, ohne abzubremsen. Also, ohne die Zeit zu stoppen. Und ich werde es schaffen, Leute. Wow. Wow. Okay, okay. Aber es ist trotzdem schwer. Es ist schwer, aber auch machbar. Und ha, Junge. Yo, was? Ich brauche jetzt zwei Fähigkeiten, um das Level zu schaffen? Naja. So. Hier will ich mich mal schrumpfen. Und als kleine Maus über die Labe laufen. Na toll. Okay, Freunde. Als kleine Maus will ich es schaffen. Komm, komm, komm. Wir müssen es schaffen. Wir müssen bis zum Ende kommen. Vielleicht gibt es auch jemanden noch, den wir retten müssen, ne? Oder meinst du, das ist eine Waschmaschine? Was ist denn das jetzt, Leute? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es schon früher oder später herausfinden nach unserem Super Punch. Okay, Freunde. Wie gesagt, schreibt jetzt unbedingt mal euren Roblox-Namen in die Kommentare mit eurer Lieblingsfähigkeit. Oder natürlich, was wäre eigentlich eure Lieblingsfähigkeit, wenn es diese hier nicht gäbe? Ich glaube, ich würde gerne fliegen können, Freunde. Oder ich wäre gerne... Ich glaube, ich könnte mich gerne tarnen oder so. Überlegt mal, ihr könnt euch einfach an die Wand stellen und dann sieht euch keiner mehr. Wie cool! Naja, das haben wir leider nicht. Naja, vielleicht gibt es sowas ja mal später. Also überlegt euch wirklich mal einen Umhagen, der einfach einen unsichtbar macht. So, Röckenstrahlung ist aktiviert. Äh, nee, warte mal, das ist die Zeitstoppung. Vor allem, mir wird, als wenn ich Noob wäre, immer noch angezeigt, was ich brauche. Leute, ich brauche nichts. Ich komme selber klar, ja? Ich will es nur mal gesagt haben. Okay, wir sind schon Stage Nummer 42 von 70. Wir haben über die Hälfte geschafft. 60% schon. Und warte mal. Auf uns wartet ein neues Cape, das wir natürlich direkt auspacken werden. Und es ist... Oh, das grüne Gammelcape. Wow. Aber das bringt uns doch gar nichts, ne? Hey. Egal, Freunde, dann fahren wir auf jeden Fall... Vor allem, wenn ich das Cape anmache und mich kleiner mache, dann ist es auf einmal weg. Wie sieht das denn aus? Naja, wir behalten mal das grüne Gammelcape. Ich meine, das passt jetzt nicht zu meinem Rucksack und so. Aber, naja, bleibt halt drauf. Hier, als ob ich die Zeit stoppen muss. Leute, ich habe das euch schon mal gesagt. Ich brauche diese Zeitstoppung nicht. Ich bin ein Pro. Das Einzige, was wir brauchen, ist immer der Röntgenlaser. Denn ohne den könnten wir überhaupt nichts sehen. Also, nix, nada, nida, nuda. Also, jetzt wirklich gar nicht. Alter, meine Augen, ne? Ich glaube, ich bin locker ein Vampir oder so. Ach, warte mal. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Röntgen wegmache und... Oh, mein Gott. Warte mal, ich probiere es auch so... Oh, nee. Okay, das war ein bisschen dämlich, Freunde. So, hier klettern wir mal hoch oder wir benutzen einfach unseren Superjob, um ganz schnell nach oben zu kommen. Welt Nummer 2. Ey, vielleicht gibt es bald auch Welt Nummer 3. Wenn wir das auf jeden Fall auch mal spielen sollen, Welt Nummer 3, als Superheld, dann schreibt das jetzt unbedingt in die Kommentare. Mich würde das mega, mega doll freuen. Und vor allen Dingen, vergesst nicht mal, ein Like da zu lassen. Oh, oh. Warte mal. Das geht weg. Äh, kann ich die Zeit stoppen? Oh, nee, nee. Okay, hier funktioniert die Zeitstoppung nicht. Okay. Aber, wir haben es gerade so geschafft, Leute. Überlegt mal, wir hätten es jetzt nicht geschafft. So, winzig. Aber natürlich nach einer Weile ist es irgendwie immer das Gleiche. Aber ich will ja ein Ziel. Das ist eigentlich, das ist das, was ich will. In die Waschmaschine? Okay, wir gehen weiter zur Waschmaschine. Bäm. So, hier oben haben wir so einen Tower, den wir reinspringen müssen. Eine optische Illusion. Aha, warte mal. Holen wir den da noch ein? Da vorne ist einfach ein anderer Superheld. Okay, warte mal. Kann der fliegen oder was? Leute, schaut mal, was dieser Superheld vor uns da macht. Was? Nee, nee, nee. Weiter, weiter, weiter. Wir warten nicht, wir warten nicht. Wir warten auf niemanden. Oder besser gesagt, er. Oh, nee, warte mal. Hier brauchen wir Superjump. Wir müssen nämlich groß drüber springen, sonst, ja, sonst würden wir es nicht schaffen. Mit Röntgen können wir hier nichts durchgucken. Ich meine, da vorne kommt Röntgen wieder, aber nee, hier brauchen wir unbedingt den Superjump. Hier können wir mit Röntgenstrahlung arbeiten, nee. Vor allem Röntgenstrahlung ist eigentlich übelst gefährlich. Wenn ihr das wirklich im Auge hättet, dann, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Und vor allem so gesund für die Augen. Was immer gesund ist, ist auf jeden Fall Karottensaft. Also trinkt ganz viel Karottensaft. Okay, und ihr guckt euch das mal an. Ich, ich kürze ab, ich kürze ab. Ich brauche keine Winde zerstören. Ich brauche das nicht. Okay, warte mal, hier brauchen wir den Superjump. Ich dachte, wir könnten das mit Röntgen machen, aber nee, wollen die nicht. Schade eigentlich. Alter, ich kann schon das Ziel sehen. Freunde, da ist es. Es ist nicht mehr weit. Ich mache Party, Alter. Aber Freunde, um es noch spannender zu machen, machen wir einfach hier. Warte mal, wo ist unser krasses? Da ist unser krasses Cape drin. Jo, und dadurch sind wir auch direkt schneller und haben noch mehr Fähigkeiten. Wir sind jetzt kein Noob-Superheld mehr, sondern sind sogar ein Pro-Superheld mit diesem Cape. Jo, als ob. Wie cool ist das denn? Und vor allem, dass das so viel ausmacht, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Wir öffnen auf jeden Fall immer noch den nächsten Stern. Vielleicht kriegen wir nochmal ein gutes Cape uns. Okay, ein seltenes elektrisches gelbes Cape. Okay, warte mal, bringst du uns überhaupt was? Hä? Die bringen uns gar nichts. Nur diese Besonderen bringen uns was. Naja, egal. Dann würde ich sagen, behalte ich diese Besonderen. Ich will lieber als besonderer Held sein, anstatt ein Noob-Held. Und oh mein Gott, Freunde, guckt mal. Wir gehen gleich in die Waschmaschine hinein. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Ja, wir sind schon Stufe 65 von 70. Aber ich habe die Befürchtung, dass doch niemals eine Waschmaschine das Ende ist. Also, nee. Freunde, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Waschmaschine das Ende ist. So, boom, Juggi. Let's go. Weiter zerstören kommt 94%. 95%. Hier gehen wir mal heute oben drüber. Und bam. Kann man... Nee, nee. Ich dachte, man könnte hier irgendwas Cooles noch machen. Aber leider nicht. Hier brauchen wir gar nichts. Hier funktioniert alles von alleine. Wir rutschen unter. Ja, in die Waschmaschine. Äh, aua. Warte mal. Welt 3 ist im Nächsten. Wir haben auf jeden Fall Welt 2 abgeschlossen. Warte mal, warum tanzen hier so ein paar Vitamines? Und okay, wir können hier uns kostenlose Morphs kaufen, wie als Spider-Man. Ja, hier sind wir Superman. Dann haben wir Batman. Dann haben wir Superwoman. Und okay, die kenne ich nicht, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, wer das ist. Bitte. Ich muss das wissen. Geschwindigkeiten können wir uns hier holen. Aber ich würde sagen, wir machen noch einen Rebuff. Wir bekommen nämlich dadurch... Nein, wir wollen keinen Rebuff. Aber wir haben eine nächste Aura freigeschalten. Und ja, Leute. Die gefällt mir richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen oben da. Vergesst nicht, kurz zu subieren, um keinen neuen Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.